Was war das Erste, was dir an mir gefallen hat? Deine glanzvolle und zugleich kaputte Erscheinung. Du bist wie geschaffen für mich. Genau wie du für mich. Was war das Schlimmste, was du je getan hast? Ich habe Dinge gesehen, die ich niemals hätte sehen dürfen. Eric! Eric! Shelley? Shelley? Bitte tut das nicht! Wenn jemand stirbt, trägt eine Krähe dessen Seele in das Land der Toten. Aber manchmal geschieht etwas so Grausames, dass die Seele keinen Frieden findet. bis man die Dinge wieder ins Lot bringt. Man gab dir die Macht eines Gottes. Aber dir bleibt nicht mehr viel Zeit, um sie zu retten. Ich werde jeden einzelnen von ihnen töten. Ich habe dich getötet. Ja, hast du. Wir haben ein Problem. Er ist uns auf den Fersen. Tja, Tja. Tja. Das ist ein Zorn. Der erste Impuls. Zorn. Es ist kein Zorn. Es ist Liebe. Tja. Was ist nun aus dir geworden? Du weißt, dass Liebe nur Schmerz verursacht. Du hast keine Ahnung, was für eine Hölle dich erratet. Doch, das weiß ich. Wie viele Menschen hast du jemals geliebt? Ich werde niemals geliebt.